Crew Alert Crew Alert Crew Alert for Exercise General Alarm General Alarm Crew Alert All Passagiere begeben sich bitte mit ihren Rettungswesten zu den Stellenplätzen This is the Brace Attention Assessment Team atori Proceed 2 Tom 認識 General Alarm General Alarm General Alarm D再來 Gajło Sie haben vor wenigen Minuten das Alarmzeichen für den General Alarm Sieben kurze und einen langen Tod gehört. Dieses ist das einzige Signal, das für Sie im Notfall von Bedeutung ist. Meine Damen und Herren, das Problem der Ausgüste ist relativ einfach. Meine Damen und Herren, 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 meine Damen und Herren. Generale. 5, 6, 1. 5, 6, 1. 6, 2, 6, 4. 6, 2, 6, 7. Wird, 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 wird. Generale, Generale, Generale anzufügen. All die Verschärten gehen sich bitte mit Generale des Westens für den Städten zu. Haufen Sie nicht im Bett. Werfen Sie keine Zigarettenraste in Papierkörper. Die Benutzung von Taufsiedern, Wasserwärmern und Übeleisen, sowie das Anzünden von Kerzen im Bereich Ihrer Kabine ist nicht gestattet. Feuer ist eine der größten Gefahren an Bord. 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 Wir werden kurz dran. Wir werden während des Über Savannahs hier noch mal ausüphonen. Generale, Generale. Wir haben während sich über das Überschuss vorgegeben. Wir haben eine spannende Gefahren wieder ausgelösung. Generale, Generale. Die Babine, die den nicht ausgelöscht haben. Wir haben den nicht vergesst. Generale, Generale. Für alle Gäste ist das Manöver jetzt beendet. Vielen Dank und noch viel Spaß beim Ruh-Party. Achten Sie diesbezüglich besonders auf Ihre Kinder.